Jetzt aber, oder? Aktualisieren. Arrk. Er will ab, dass du deine Blöde hast. Lustige Mucke. Ich stelle nochmal eben die Facecam rein. Hast du die Flöde aus? Wer? Na jaaa, ein bisschen. Ich kann nicht auswählen. Okay, ich lass es ja, oder? Ähm, ich kann nix drücken. Alter Schwede. Edgar! Hi! Jetzt, oh, jetzt tut sich was. Edgar? Der Edgar. Der Reader Area. Läuft, naja, gucken. Haben uns jetzt recht spontan in den Stream reingeschmissen. Und wollten mal, uh, der Herr Kerstoff ist auch da. Und meinen... ...den In-Game-Sound leiser machen. Das werde ich wahrscheinlich gleich machen können, ja. Voll laut, sagste. Ja, das ist leider die Titelmusik bei ARK. Ähm, im Spiel selber habe ich es, glaube ich, runtergedreht. Herr Kerstoff, einen wunderschönen... Kann man noch guten Morgen sagen? Ja. Da. Da, halb eins. Mahlzeit. Greenscreen-Flag hat ein bisschen Wurscht. Egal. Den In-Game-Sound. Wie du siehst, kann ich gerade nichts machen. Ähm... Ich muss mal schauen. Ah, Fiber. So. Die Jabiba-Bohnen und ich wollten uns mal die Halloween-Events angucken. You are starving. Oh, das fängt ja super an hier. Und ich sehe nix. Ja, das ging mir genau. Wieso bin ich am starven? Ich habe doch vollen Hunger. You are starving? Hä? Ich sehe auch nix. Das Nacht hast du gesagt, ne? Ja, das hat... Ach, und da ist schon wieder so eine verkackte Schlange direkt vor der Haustür. Ach, du bist zuhause? Ich bin zuhause, ja. Ich habe ja beim letzten Mal noch ein bisschen hier mit der Technik rumgespielt und rumprobiert. Ja, ich bin in the jungle. Und er sagt mir, dass ich am verhungern bin, obwohl ich aber... Ähm... Obwohl ich aber volles Essen habe. Mh. Mh. So, und ja, beim letzten Mal... Wir haben ja versucht, einen Stream zu machen, aber das ist tierisch in die Hose gegangen. Ja, wegen dir. Ja, danke. Einmal, weil ich tierische und technische Probleme hatte, hier arg zu starten. Das ist halt noch überhaupt nicht optimiert, dieses Game. Ähm... Ich höre gepiepe. Na gut, solange... Ich kann mal Level abmachen eben noch. Ähm... Ja, es hat geruckelt ohne Ende. Edgar, wie ist der Sound jetzt? Es ist jetzt angenehmer. Ich habe es zwar noch nicht runtergedreht, aber eigentlich sollte die Lautstärke jetzt besser sein. Es war nur diese neue Titelmusik. Vom Halloween-Event. Mh. Was? Och, und wir hatten so viel Zeug. Mann. Ja gut, das ist ja noch was in den Truhen hier, ne? Aber wir müssen echt mal gucken. Wir können... Ich kann zwölf Punkte verteilen. Oh. Ja, ich 18. Okay, da muss ich mal in Ruhe gucken hier. Ja, aber ich muss jetzt erstmal gucken, dass ich... Und ich glaube... Ich verstehe das nicht, warum ich verhungere. Ich verstehe es echt nicht. Ja, das ist wieder ein Resort. Ich sehe nichts. Kann man das töten? Wie ist das denn? Was ist das denn? Ich glaube, ich muss töten. Level L. Eine Koralle. Unter die Dusche. Mach das. Ich habe eine Coal getötet. Eine was? Eine Coal. Eine Coal? Warte mal, ich muss einmal kurz... Ich glaube, ich muss dich was lauter machen. Eine Coalenten Nutritia. Lautstärke anpassen. Ich trete dich mal ein bisschen hoch. Ich trete dich mal ein bisschen hoch. Ja. Ja, super. Jetzt ist Nacht hier. Ich habe eine Boa vorm Haus. Oh, hier ist vielleicht die Tür. Ah ne, hier geht es ins Haus. Das heißt, die Tür ist da irgendwo. Ist das die Tür? Ja, wir sind beim letzten Mal auf jeden Fall tierisch verreckt, alle Mann. Was? Kann das was? Weil, das würde ich gleich auch mal gerne zeigen, aber das kann ich jetzt nicht, weil es so verkackt dunkel ist und ich sterbe. Ah, er erholt sich jetzt gerade bei mir. Bist du doch okay? Und ich höre diese verdammte Schlange zischen. Ah, die hängt da hinten. Da ist doch was. Okay, warte, ich muss wirklich die Ingame-Musik runterdrehen. Ähm, ich mach mal generell Master Volume ein bisschen runter. Das geht nicht. So. Ähm. Herr Kerstorf, alles klar bei Ihnen? Ist die Schlange noch da? Ah. Ich seh den gar nicht. Wieso seh ich den nicht? Wen denn? Den Herrn Kerstorf. Weil der bei mir im Chat ist. Achso, weil du den wieder nicht vorstellen willst. War der das nicht? Was? Vorstellen? Du hast mir doch jemanden nicht vorgestellt. Nein. Ach, das war der andere, ne? Das war der Herr Wischglue. So, ja, wie man hier vielleicht schon sehen kann, hat sich ganz spontan in einem der Updates hinter unserem Haus ein Sumpfgebiet gebildet. Und da unten sind diese Schlangen und die haben uns beim letzten Mal ziemlich weggenatzt. Das ist eine Feuerstelle. Von Stigmata. Ähm. Echt? Dann ist die aber alt. Ich hab beim letzten Mal also nur... Bin's gut. Weil ich hab nämlich Fleisch. Waaah. Scheiße, scheiße. Wie funktioniert das jetzt nochmal? Ah, genau. Und jetzt Fleisch darin? Ach. Fuck. Die Schlange ist schon wieder hinter mir. Schlange. Schlange. Ich seh sie nicht. Alles dunkel. Ja, das ist echt ein ungünstiger Einstieg. Und bei mir geht auch schon wieder die Kampfmusik an. Und da unten ist auch noch eine Schlange. Ach, in die Schlange war das. Aua. Au, au, au. Okay, ich bin... Ich bin glaub ich betäubt. Wenn die Schlange jetzt reinkommt, bin ich wieder tot. Ey, ich bin Hulk. Ich hab grad zwei Dinos auf einmal getrunken. Wie hab ich das denn jetzt gemacht? Guck, ich hab' Bank. Im Dunkeln. Ich bin... Das ist wieder mal der mieseste Einstieg überhaupt, den man hier hinlegen kann in dieses Spiel. Ich bin betäubt. Eine Schlange belagert mich, kommt aber nicht an mich ran. Ich... Verliere Gesundheit. Ich komm auch nicht an die... Wir müssten sowieso mal gucken, ob wir nicht... Man sieht nix. Perfekt. Das ist nett. Ähm... Wir sollten vielleicht mal gucken, ob wir nicht... Ist das da? Ähm... Irgendwo im Nord... Osten. War glaub ich ein Gebiet, was mir ganz gut gefallen hat, als ich das letzte Mal ein bisschen wegen der Technik rum probiert habe. Im Nord-Osten? Die Musik ist mir immer noch zu laut. Ich hör' gar keine. Ne, die Ingame-Musik mein' ich. Hör' doch mal ab. Wenn die aus ist, mach ich die andere mal an. Aber ich glaub, es wird langsam hell. Ich seh' nix, weil ich immer noch getäubt bin. Und die Schlange wie bekloppt um mich rumzischt. Ja, ich bemüde. Super, ich kriege aber grad in die Wellen an. So, ich glaub, wir kommen wieder zu mir. Aber das stimmt doch hier nicht. Bin trotzdem halb tot, wo ist denn die Schlange? Kann ich die sehen? Oh, da ist auch noch ein Level 20. Ah, Hilfe. Okay, wo muss ich jetzt wieder hin? Da ist er aber. Und kaputt. So, ich würde sagen, das Haus lassen wir erstmal. Ja, jetzt abreißen, Thomas. Oh, oh. Schlange. Und das war in der North Zone 1. Da geh' ich mal eben hin. Kannst du mir sagen, wo jetzt die Feuerstelle war? Das kann ich dir nicht sagen, nein. Oh, wie das am Flackern ist. Schön. 1A. Ah, ist doch irgendwas. 1A-Effekt auf meinem Mikrofonständer. Runtergefallen wird. So. Genau, und die Ecke hier fand ich eigentlich ganz gut. Oh, Kürbisse. Ach. Hast du nicht gehört, dass ich da eben... Ne, ich war hier noch ein bisschen abgelenkt. Ganz viele Kürbisse. Kannst du irgendwie in die North Zone 1 kommen? Ne, grad nicht. Such mal ein Feuer, da ist noch Fleisch auf dem Grill. Aber ich glaube, ich find's nicht mehr, weil... Die sind heiß wie Bella, eigentlich gerade. Hier. Oh, ich bin überladen. Kann man die essen? Es gibt Vogelscheuchen. Angezündelte Vogelscheuchen. Und es gibt Tiere, die mich angreifen. Okay. So, ich schmeiß die Pumpkins nochmal weg, weil irgendwie bringen die mir gar nichts. So. Moment, Moment. So, mach ich mal ein bisschen Mucke an. Und eigentlich finde ich die North Zone hier ganz gut, weil man hier ein bisschen Ruhe hat. Ich bin im Dschungel. Ich bin im Dschungel. Du bist im Dschungel. Kannst du irgendwie zum Meer kommen? Ich versuch's mal. Ich find, glaub ich, meine Feuer nicht mehr. So, und ich muss mich nämlich ein bisschen ausrüsten hier. Auf, auf, auf. Auf, 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 auf. Aber ist ja gar nicht drin. Auf, 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 auf. Whoops bakayım. Die Sonne ist schön. So. Da kommt Wasser. Kann ich mir denn jetzt schon eine Axt machen? Guten Morgen, TobiLive02. Oder TobiLive02. Morgen. Entschuldigung. Oh, was ist denn jetzt los? The Dodorex is no more. The Dodorex is no more. Was war das gerade für ein Stotterer hier? Bei mir ruckelt wieder alles. Hm. So, jetzt mal eben trinken hier. Was ist das denn? Oh nein, oh nein, oh nein, oh nein. Ich werde angegriffen. CPU-Auslastung. Ja, toll. Ich bin ja auch in einem Tümpel. Ich glaube, ich sterbe. Ja. Dann kommen gleich mal in die North Zone 1. Ja. Ja, Leck, ich weiß. Bei mir auch. Ja. Ja. Moment, 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 Moment. Hallo. Ich bin schon wieder tot, ohne dass ich schon überhaupt... ... leben. So, ich muss es noch mal ein bisschen runterdrehen. Geht sofort weiter. Da habe ich wieder alles Neues. Scheiße, wir kommen ja umgeraten. So, wie war das denn jetzt? Startoptionen. All available cores. Oh Gott, hier sind ganz viele. Minus SM4. Ich probiere das mal aus. Oh Gott. Tobi live, vielen Dank für deinen Follow. Und die Twitcher-Lerds funktionieren wieder. Sehr schön. Was erzählst du mir? Hier ist nichts los. Wir rennen gerade die Viecher hinterher. Was denn für Viecher? Bär oder sowas. Ach, jetzt habe ich wieder doppelte Mucke. Ich muss die Mucke nochmal eben ausmachen. Läuft da so ein Tyrannosaurus? So, was ist denn jetzt hier? Ich will jetzt hier mal ins Spiel. Äh, wer ist das denn? Das ist was Totes. Das bin ich. Ne, ne, da ist was Totes. Sehr nett. Ja, du bist aber tot. Ne, ich bin nur ausgelockt. Ich habe das jetzt mal runtergedreht. Sag dir der Taskmanager. Arc ist inaktiv. Ich wollte dich eigentlich beklauen. Aber wenn du ja noch lebst. Ich habe eh nichts. Ich habe noch nichts aufgenommen. Arc muss sich erst wieder beruhigen hier. Ah, jetzt. So, mal gucken, wie es mit der Einstellung läuft. Dann sieht es zwar nicht ganz so schnieke aus. Aber ich habe das Shader-Modell mal geändert. Weil irgendwie hat er sich jetzt gerade, als der Dodorex gestorben ist, ähm, total aufgängig. Du sollst Steine sammeln. Keine Pumpkins. Pumpguns. Pumpguns wäre auch schön. Kein Pumpgun. Ich weiß, es ist ein Pumpkin. Aber ich hätte gerne Pumpgun. Och, geht gut soweit, Tobi. Und bei dir? Alles klar? Alles fit? Wir haben jetzt uns spontan mal hier in so einen Stream reingeschmissen. Und ich habe leider immer so ein paar Probleme mit der Hardware. Obwohl, eigentlich nicht mit der Hardware, sondern mehr mit, ähm, Arc. Ähm. Ähm. Wir wollten unbedingt mal hier die ganzen Halloween-Sachen ein bisschen gucken. Obwohl, alles kriegen wir, glaube ich, eh nicht. Weil, wir sind ja noch gar nicht hoch genug. Was denn? Blum, blum, blum. Oh, ich bin schon wieder tot. You were killed by a Sabertooth, Level 5. Weißt du, was da los war? Also, warst du doch was totes? Ich war, also, bevor du mit dem Sabertooth vorbeigekommen bist, war ich nichts totes. Bevor ich damit vorbeigekommen bin? Ach, du läufst da hinten. Ich laufe da hinten. Ich lock mich da vorne. Aber ich würde aufpassen, weil da läuft gerade an dir aber auch wieder weit vorbei. Äh, echt jetzt? Warte, er ist jetzt hinter dir. Hinterm Stein. Achso, das ist aber ein Flugsaurier. Hallo. Äh, wirst du von mir weg? Damals. Oh. Oh. Holde Frau. Hallo. Halli, hallo. Leicht bekleidet. Ja, du aber auch. Ich? Ähm. Ja. Okay. Du hast Halskratzen, Tobi. Ei, ei, ei. Halskratzen ist aber gar nicht gut. Boah, es ist laut. Bei mir überhaupt nicht. Und hast du die Musik an? Ich habe die Musik gerade noch nicht an. Nee, weil ich ja gerade noch die, ähm... Oh, ey, da ist doch schon wieder was. Hat er dich mitgenommen? Nee, ich renke ihn gerade weg. Welches Level hat der denn? Ich weiß nicht, ich sehe ihn gar nicht. Ist das irgendein... Dass der, der auf dich zu gerannt kommt? Dieser komische Bär oder was? Oh, ja, jetzt hat er mich. Nee, das ist so ein Vogel. Ja, siehste, darfst du zünden. Aber Level 3. Was? Level 3. Oh, oh. Der ist tot, ne? Egal, komm. Dann ist der Responder direkt wieder. Nicht zu fassen. Uah. Ist er auch tot? Ich bin auch tot, jawohl. Juhu. Also irgendwie... Und da ist er wieder. Jetzt ist der Bär da. Ah, nee, das ist ein Tiger. Ein... Und ne tote... Ja, wie war... Sollen wir uns die North Zone 2 nehmen, oder wo? Nee, wir bleiben jetzt mal hier bei der North Zone 1, weil hier sind auch Dodos. Ja, schön, aber ich überlebe nicht lang genug. Und wir müssen uns ja jetzt auch an unseren Leichen ergötzen können. An unseren Leichen ergötzen. Ah, ich sehe dich da hinten. Ja, du bist ja eh... Ja, ich habe... Da sind doch viele Dodos. Ja, eben. Aber was hat das mit den Halloween-Dodos auf sich? Das weiß ich noch nicht. Ich habe mal eingestreckt. Fahr auf die Fresse, hauen. Ja, ich würde gerne erstmal irgendwie überhaupt eine Waffe oder sowas haben. Ich würde jetzt gerne mal überleben. Ja, aber das... Hier sind die Chancen, glaube ich, eigentlich ganz gut. Was? Ich bin so oft hintereinander, noch nie gestorben. Ja, irgendwie ist der Einstieg jetzt auch ziemlich holprig. Ich weiß auch nicht. Man kommt irgendwie nirgendwo rein, ohne sofort angegriffen zu werden. Oh! 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 So, aber beim letzten Mal, als ich hier war, bin ich einfach mal... Also, da habe ich ja nicht wirklich gespielt. Da bin ich einfach nur... Ähm... Bin ich einfach nur den Weg... Und da oben ist nämlich ein Berg. Und da sind schon mal ein paar Ressourcen. So, ich glaube, mit dem Shader-Model läuft es jetzt auch ein bisschen flüssiger. Sieht zwar nicht mehr ganz so schön aus, aber... Du kriegst hier immer Sachen, dass du was erntest. Kriegst du das auch immer direkt gemeldet? Ähm... Nö. Ich krieg immer gemeldet... Ähm... Da schon wieder. Tribe of Stigma da. Scherz. Scherz. Achso, das sind dann, ähm... Weil wir hier in der Nähe sind und wir haben ja einen Stamm zusammen. Ähm... Dann kriegst du Erfahrungspunkte auch von mir mit. So, ich hätte jetzt... Was? Wieso? Da war ich gerne selber, äh... Ja, das ist ja nur, wenn wir eingeloggt sind. Ich kriege ja auch deine mit. Ähm... Ich brauche einen Flint. Achso, und für einen Flint brauche ich dann wahrscheinlich erstmal... Spitzhacke. Spitzhacke, genau. Achso, apropos. Mach ich die Mucke mal wieder an. So, jetzt habe ich eine Spitzhacke. Ob ich mich auf neue Spiele im nächsten Monat freue? Ähm... Gute Frage. Ich habe gar nicht jetzt, ähm... Im Kopf, was nächsten Monat alles rauskommt. Ich freue mich auf jeden Fall. Also, was ich jetzt mir noch holen wollen würde, wäre The Park. Und, ähm... Äh... Wie ist das angemacht? Sag mal. Weiß ich nicht. Ich weiß es auch nicht mal. Gestern Stairs hat mir auch gut gefallen. Und, ja, Fallout 4. Irgendwann mal, aber... Genau, City Skylines. Steht auch noch bei mir auf der Liste. Aber nicht halt das Hauptspiel, sondern das Add-on. After Dark. Und, ähm... Hier hat einer einen abgeknattert. Oh. Ähm... Vernon's Legacy. Ach, guck mal, eine Keule. Das kommt aber erst nächstes Jahr. Wieso hast du denn so eine Keule? Ja, weil ich die Keulen konnte jetzt. Du konntest eine Keule craften. Ganz normal bei den Sachen da oben. Hm. Ja, Vernon's Legacy. Soll ich ja eine Farbe hinschmeißen? Das könntest du... Warte mal. Ich kann ja mal kurz gucken, was man für einen Speer braucht. Wooden Club heißt die. Ja, das ist eine Keule. Wood Flint Fiber. Das kriege ich aber auch hin. Ich hätte jetzt aber lieber erst mal eine Axt. Fetch. Ähm, COD. Darauf heust du dich. Ja, das haben wir uns letztens auch angeguckt. Oh Mann. Das ist so teuer. Ja, das kostet schon einen Happen. COD. Es sieht aber doch recht interessant aus. Vor allem dieser Zombie-Aspekt gefällt mir ganz gut jetzt. Aber bei COD ist ja immer so ein bisschen die Frage, ähm... Mich hassen die immer alle. Deshalb weiß ich nicht, ob ich das spielen soll. Ähm, du hast es dir vorgestellt. In sechs Tagen kommt es, okay? Ja, nee. Wie schnell wird es? Also in sechs Tagen werden wir es wahrscheinlich nicht sagen, obwohl es... Ja, einerseits ist es natürlich gut, so ein... Ups. So ein Spiel, ähm... Ist das wieder der Vogel? Da hinten ist wieder so ein Vogel. Mist, Mist, Mist. Ähm, einerseits ist es natürlich gut, bei so einem Online-Game auch noch möglichst früh dabei zu sein, um Mitspieler zu haben. Bei Titanfall war ja das Problem, irgendwann war ja total tot alles irgendwie. Ähm, andererseits bei COD, ich weiß nicht, ähm... Das sind viele Cheater. Ja, ich glaube, das haben die ganz gut im Griff, aber... Moment, kurz die Axt, so. Aber, ähm... Bei solchen... Bei diesen ganz großen Triple-A-Titeln im Moment, finde ich, hat man immer so einen gewissen Nachgeschmack dabei, dass die Teile nie richtig fertig sind. Da wird viel zu oft vom Publisher irgendwie drauf gedrängt. Ähm... So, einen Hut habe ich schon mal. Irgendwie drauf gedrängt. Gedrängt auf Release-Dates und sowas. Gedrängt, genau. Einen Speer hätte ich jetzt gerne. So, dass die Spiele halt nie richtig fertig sind. So habe ich zumindest den Anschein. Also, das hatte ich jetzt bei Black Ops bisher noch nicht. Ja, aber... Welchen Black Ops-Teil hattest du denn als letztes? Ja, Black Ops 1. Ja, 1, ne? Dann gab es ja Black Ops 2. Bin trotzdem so... Und jetzt kommt ja... Tobi, korrigiere mich, aber das ist jetzt Black Ops 3, oder? Ja. Black Ops 2, habe ich aber gehört, ist nicht so gut. Habe ich gehört. Hören, sagen. Ja, genau. Deshalb, man muss ja immer selber gucken, ne? Ja, es sah ganz gut aus. Also, wenn das auch ein... Vielleicht kannst du mich da mal updaten, Tobi. Wenn das ein... Nein, 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 nein. Nicht der Vogel. Nicht der Vogel. Hat das auch einen Koop-Modus mit nur diesen Zombies? Also, ist das so zweigeteilt irgendwie? Weil ich habe da noch nicht durchgeblickt, aber ich habe es auch noch nicht... Oh, Kacke. Also, hier liegt Kacke. Ich habe es auch noch nicht wirklich jetzt mal verfolgt. Also, ich habe nur Trailer geguckt. Was brauche ich denn jetzt noch? Einen Speer wollte ich haben. Wo ist er denn? Ja. So. Wie sieht es denn mal mit Klamotten aus? Also, das erste, was du machen kannst, ist eine Mütze. Ja, die Mütze habe ich schon. Ach, ja, hast du schon. Irgendwas latscht hier um mich rum. Ich auch. Wo bist du überhaupt? Interview. Oh. Hi. Wollte mal gucken, ob ich dir eine Keule machen kann. Warte mal. Aber ich habe doch... Ich habe noch Pfeilbar. Ah, ist ziemlich nice, sagst du. Dann sollte man das vielleicht doch mal im Auge behalten. So, und ich gucke jetzt mal, ob wir hier mal ein paar Dodos... Boah, 15 Pfeiler. So. Das war ein... Das ist ein Dodo gekillt. Ja, mal ein bisschen Essen schon mal besorgen. Essen und Leder. Ich glaube, da hinten waren noch mehr Dodos. Aber hier ist doch relativ ruhig, oder? Die Ecke. Warte, komm mal her. Warte, ich komme dir mal in die... Was ist das denn? Oh. Warte mal. Boah, sieht aber auch unbeholfen aus mit dem Sperr. Äh... Da. Habt ihr eine Keule hingelegt? Eine Keule. Wurde ein Klapp. Okay, mal gucken. Aber ich befürchte, dann sind die Dodos nur bewusstlos, oder? Ja, aber wir brauchen ja einen neuen Kiegel. Ja, der ist bewusstlos jetzt. Aber wir haben uns genügend zu essen. Nein. Hallo. Aber jetzt kannst du auf den Einschlag heran bleiben. Der hat aber grad nicht die Wings. So, also wir brauchen auf jeden Fall Fleisch und Halt. Deswegen nehme ich jetzt mal... Ist die Musik zu laut? Bei mir im Chat? Ich werde die Kauf. Ja, da musst du deinen Music-Bot-Läufer drehen, aber bei mir. Also, du bist ein alter Dodo-Piller. Ja, was denn? Wir brauchen doch hier Essen und sowas. Ja, warte, ich mach mal einen Feuerpick. Da hinten sind noch mehr. Und schnell klarstellen. Ich muss noch stumm. Jetzt, wo fliegt der denn hin? Hallo. Hallo. Äh, wo soll man denn die Feuerstelle hinmachen? Ähm, das ist eigentlich jetzt noch relativ egal. Hier ist er eigentlich aber ganz gut, ne? So hinter dem Stein, am Meer, ja. Oh, was ist das hier? Dann kommen wir auch direkt danach, wenn wir gegessen haben, was trinken immer. Mir ist grad die Mucke ein bisschen zu laut. Warte. Ich brauch aber grad noch ein paar Steine. Oh, die kann man nicht nehmen. Ah. Fuck. Mucke ist okay, sagste. Okay, dann lass ich die mal. Danke für die Rückmeldung. Da fließt tausend Steine auf einen Haufen. Kannst du alle nennen. So. Ein Heid-Shirt kann ich schon mal machen. Oh, hast Heid? Ja, durch die Dodos. Von Le Dodo. Le Dodo. Le Dö-Dö. So, ein Heid-Shirt. So. Hast du dein Feuerpick schon? Jetzt hier, Moment. Ja. Ein Dilo sollen wir uns... Ah. Okay. Ich pack mal ein bisschen... Achso, ich hab nur ein Holz. Wo war das ich noch hab? Pack ich mal ein bisschen Fett rein, das geht ja auch. Und schon mal sechs Raw Meat. So, das kann dann mal brutzeln. Ich hab noch 26. 26 was. Gut reingebracht. 26 Wood. Wow. Hallo. Was mit der Keule? Haust du da jetzt drauf? Ja, warum denn nicht? Ist der nicht ein bisschen zu hoch? Muss ich gucken. Der wäre eingereist. Wieso? Mist. Aber der kann fliegen. Ha, ha, ha. Ja. So, mir ist kalt. Warum ist es mir kalt? Ich habe keine Buchs an. Habe, ne? Tobi sagt, wir sollen uns ein Dilo zähnen. Ein Dilo? Ja, ja. Ich mag ihn. Aber erst später. Ja. Wir müssen erstmal hier ein gewisses Grundlager auf... Weil dummerweise ist unser altes Haus hier jetzt, so wie es jetzt gerade ist, unbrauchbar. Ja, vor allem wenn du da direkt angegriffen wirst. Ja. Ja, durch den blöden Sumpf. Da sind so viele Schlangen jetzt. Ähm... Ich nehme mir mal drei Fleisch, ja? Ja. Sind die anderen auch schon fertig? Dann packe ich mir die auch schon mal rein. Ne, ist noch nicht. Ich habe die gerade geclawen. Waren da noch Dodos? Ich habe jetzt gerade keine gesehen. Oh, was zum Ganzen. Na, es dauert noch was. Hm. Wir konnten doch auch aus Thatch irgendwas machen, oder? Heideshirt, Heidepans. Glaub nicht. Vielleicht die Schuhe? Ne, wir waren da zwar ganz viele. Schuhe, Heidepans. Schuhe, Heidepans. Schuhe, Heidepans. War das schon immer hier? Mhm. Ich gucke noch gerade, ob es hier ein paar Neuerungen gibt. So. Haben wir jetzt doch ein paar Monate schon nicht mehr gespielt? Ich weiß nicht. So, das Feuer habe ich ausgemacht, ne? F40. Ja, ja, ja. Ähm. Der da hinten ist Level 40. Ja, der große. Dann... Sollen wir uns hier mal ein kleines Haus irgendwie hinbauen, auch? Machen. Machen? Was ist das denn? Ich wollte mich mal gerade umgucken, hier. Ja, aber müssen wir aufpassen, ne? Ja, ja, aber ich brauche ja auch, äh... Ja, wir brauchen ja auch ein bisschen was Totes, ne? Wir brauchen ein bisschen was Totes. Sind die lieb oder böse? Das sind Pflanzenfresser, oder? Die... ...Elefantendinger da. Moment. Oh! Achtung, da oben kommt aber ein Vogel. Oben links kommt ein Vogel. Bei mir? Ja. Das ist ein Baby. Der ist tot. Ja, hier, der... Der Vogel hat den... Ja, warte mal. Der hat den Level. Der hat den kaputt gemacht. Ja, du bist ja auch ganz schlauer. Der ist Level 1, der Vogel. Ja, warte, ich will den nicht. Der packt meine Keule mal. Scheiße. Boah. Glück gehabt. Das war knapp. Das ist echt knapp. Ich piepst schon. Warte mal, was... Ach so, warte, 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 warte. Was nehmen wir denn für... ...verheizt? Oh. Die Spitzhacke, ne? Ja, der ist tot, oder? Der ist tot. Ja, meinst du... Aua! Bist du wahnsinnig. Warte! Du hast mich gehauen. Ich bin so gewohnt. Geh mir nicht hin. Zwölfheit. Zwölfheit. Und Fleisch. Oh, und ich bin tot. Wieso bist du tot? Weil du mich blutig geschlagen hast mit der Spitzhacke. Jetzt ernsthaft? Ja. Ich war da für tot. Entschuldigung. Oh, Scheiße. Kannst du dich wieder bewegen? Ne. Ich muss noch... Warte. Aber ich bin ja hier fast in der Nähe. Du hast aber auch ein böses Tier. Ich muss nach Norden. Ach, warte mal. Hier sind... Ah, ich seh dich, glaub ich, da hinten. Ich bin fast neben mir gespawnt. Ich bin auch fast neben mir. So, und da liege ich doch... So, mal alles nehmen. Transfer all Items. Ne, warte mal. Da holt sie sich wieder? Hier, take all. Zack. Ich hab meine wieder. Jetzt hol ich mir noch ein bisschen Fleisch von mir. Lecker Stiggy Fleisch. Boah, was? Ach, Fiber. Eine Hose. Eine Hose machst du mit Fiber. Eine Hose macht man mit Fiber. Ja. Ich hab aber auch... Wo ist denn mein... Da. Ich hab aber auch Lederhosen. Ja, aber für den Anfang... Ja, für den Anfang ist das nicht schlecht. Ähm. Was sind die denn hier? Was denn? Fiber? Ach hier, Clothpans. 50 Fiber. Ja, dann nehm ich die doch mal. Erholt sie sich wieder? Ah ja. Wird schon wieder. Ja, wenn du keine... Schadenden Faktoren wie Kälte oder so hast, dann erholst du dich auch wieder. Bisschen Holz ist immer gut. Ja, der Vogel hat mir schon ordentlich eine mitgegeben. Bye-bye, Tobi. Tschüss. Tschüss. Der Vogel hat mir schon ordentlich eine mitgegeben. Und dann hast du noch beim, beim, ähm... Ja, ich weiß. Ja, ich weiß. Mit dunkel. Sollten wir uns gleich beim, ähm... Feuer treffen. Wo ist es auch freundlich? Ich bin's wieder nicht. Ich hab auch keine Fackeln. Ähm, hier ist es. Ein Stück weiter. Die Richtung war schon okay. Ah, ich hab ja jetzt trotzdem eine Fackeln wieder. Hat die mal noch hier? Nein, ah, fuck. Hast du angemacht? Ähm, nee, bin dabei. So. Kann ich mir schon die Buchse machen? Jo. Für Schuhe braucht man sechs Leder. Scheiße. Warte, ich hab zwöl. Warte. 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 New Fold, achso, Show All. Ah, das habe ich gesucht. Mh, Thatch Structures. Ah, doch. Warte, ach, du siehst ja schon gut aus. Ja, ich habe zumindest schon mal ein bisschen Kleidung. Wie war das nochmal? Wie konnte man nochmal nur ein bisschen was? Ja, ich habe mir noch nie recht? Wie war das nochmal? Wie war das oder wie war das Liebe? Ja, ich habe mir gesagt. Untertitelung. BR 2018 Untertitelung. BR 2018 Untertitelung. BR 2018 Untertitelung. BR 2018